Hier sind Linkel laut und seine Schwestern Lori, Leni, Luna, Luan, Lynn, Lana, Lola, Lisa, Lucy und Lily. In diesem Haus zu überleben ist doch ein Kinderspiel. Oder auch nicht. Aber letzten Endes ist die Familie das Wichtigste. Willkommen bei den Lauts, eine brandneue Serie. Diesen Mai bei Linkel Odeon.